Traxel-Technik aus dem zürcherischen Mettmannstetten hat für die Schweiz den Import des hydraulisch verstellbaren Doppelradsystems von Beck-Lönne übernommen. Die Schweizer Landtechnik hat sich dieses System an einem Modell und in der Praxis beim Kartoffellegen mit einem Fendt 516 Vario und dem Legeautomat GL420 von Grimme genau angeschaut. Die hydraulische Zwillingsradverstellung wird als solche Einheit angeliefert und kann an den Lochkreisen der Traktorhinterräder sowie an jenen der Zwillingsräder befestigt werden. Die Verschiebung erfolgt über diesen innenliegenden Hydraulikzylinder. Zuvor müssen zwei Schläuche an der Hydraulik des Traktors angeschlossen werden, idealerweise an einem doppeltwirkenden Steuerventil, das über eine externe Bedienung verfügt. Die sechs Wellen mit 100 mm Durchmesser erlauben ein stossfreies Aus- und Einfahren der Räder, beidseitig um je rund 25 cm. Mit einem Sperrventil wird sichergestellt, dass sich die Räder nicht selbsttätig verschieben können. Der maximale Ausschub lässt sich zudem mit Distanzringen begrenzen. Vor dem Verschiebevorgang muss das äussere Rad entlastet werden, indem man mit dem inneren Rad auf eine Erhöhung, wie beispielsweise hier auf einen solchen Holzkeil fährt. Dieses hydraulische Verschiebesystem bietet dort Vorteile, wo man mit herkömmlichen Distanzringen auf öffentlichen Strassen zu breit unterwegs ist. Zudem bietet es körperschonende und rasche Flexibilität beim Wechseln von Spurbreiten in verschiedenen Kulturen. Die Verschiebeeinheit kann auch wieder demontiert und bei Bedarf auf einen anderen Traktor übertragen werden. Das Gewicht pro Einheit beträgt knappe 400 kg. Die Kosten für zwei Einheiten liegen bei rund 20'000 Schweizer Franken. Traxel Technik möchte zudem eine Schweizer Lösung entwickeln, die erstens leichter und zweitens auch billiger sein soll. Eine entsprechende Markteinführung ist für 2022 vorgesehen.